Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Wieder im Multiplayer unterwegs. Mit einem 6.17? Und es fängt schon mal No, guys Richtig gut an Läuft gar nicht gut Alter No gas, man Ja, nice Läuft schon richtig gut Teamkiller auch noch Friendly Fire What the fuck passiert hier bitte? What the fuck Oh my god Oh my god Was zum Teufel Ja No Das passiert Wenn man mit öffentlichen Lobbys spielt Schade, schade Das können nicht alle immer das Spiel so eins nehmen Das nervt ehrlich gesagt manchmal richtig selten Schade, schade Schade, schade, schade Schade So Das ist alles D. Was ist das Caf